hoffentlich auf abgetrockneten boden ja es geht sogar gut ein bisschen kurz naja, den fuck ich nicht mit der ist immer noch zu nass ist mir so eine strulle an hier hee 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 straberkoll erreicht man mit der linie nicht, dafür macht es so mehr spaß jetzt kommt das Achterbahn ein stücklein ist auch ein wanderweg, vorsicht, nehmen wir noch das gelbe X oh so, beim Bergaufwand habe ich gemerkt, dass mir hier irgendwie die Schraube oder ein Bolzen rausgefallen ist aus dem Schaltwerk jetzt habe ich mal hier Cable Ties, also Kabelbindern benutzt um das ein bisschen festzudengeln ich habe keine Ahnung ob es hält, ich probiere es einfach mal so, jetzt die Abfahrt mit dem lockeren oder mit dem mit Kabelbindern fixierten Schaltwerk ich hoffe das Beste ist das noch dran? wohoho Hallo, danke. Hallo, hallo. Danke. Hallo, danke. Wuppen keine Schweine, jetzt kommen sie auf einmal hochgelaufen. Und durch die Reparatur sollte ich immer viel Zeit verloren. Hier sollte man bremsen, weil hier Leute sein können. Ja, hier. Ja, hier. Das war's. So, Linie suchen. Wie waren die nochmal hier? Hier lang direkt. Jo, das passt doch. So, dafür mache ich jetzt hier Low Speed ein bisschen höher. Alter, was war das? Alter, der ist nicht schön. Das ist der andere Burgweg, Burgtrail. Ich glaube Schauenburg ist so real hier. Zwei Eingänge, das war der linke. Das war's. 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 Ich weiß gar nicht, wie's links aussieht. Ich weiß gar nicht, da lag da noch ein Baum zwischendrin. Gut möglich. da vorne kommt jetzt ein sehr steiniges stück es geht sogar waschernsteineger hier hier ist die ruine und hier ist noch ein kleiner flow train das ist ein sprung hier nicht so wirklich so das wars hier also mein schaltwerk hält noch ich habe zwar nur noch drei oder vier gänge aber es ist noch dran geblieben und mit dem e-bike habe ich noch mal ein paar mehr optionen zum beispiel für das stück jetzt hier das ich gerade umdell gefahren bin piep so der trail ist hier ein bisschen geradeaus weiter und dann links rein nach vorne geht es rein wanderweg vorsicht so 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 Vielen Dank.